Drei Piloten, ein Amerikaner, ein Deutscher und ein Russe, sitzen in der Kneipe und unterhalten sich über die Größe von Flugzeugen. Der Russe sagt, also wir haben ein Flugzeug, mit dem können wir drei Fußballmannschaften und tausend Mann Publikum transportieren. Da prallt der Ami, well, very good. Wir haben ein Flugzeug, mit dem können wir fünf Fußballmannschaften und zweitausend Mann Publikum transportieren. Da meint der Amerikaner lächelnd, Sie in Deutschland haben nicht so große Flugzeuge. Da sagt dieser, doch, doch, aber ich weiß die genauen Größen nicht. Ich erzähle Ihnen einfach mal von meinem letzten Flug. Also, ich fliege da über den Atlantik und höre plötzlich ein Geräusch. Ich sage also zu meinen Bordingenieur Anton, Anton, schnapp dir mal den Porsche und schau hinten nach, was das sein könnte. Anton kommt nach vier Stunden zurück, grinst wie ein Scheunentor und sagt, es ist unwahrscheinlich, was du für ein Gehör hast. Da hat doch tatsächlich so ein Idiot das Klofenster offengelassen. Jetzt ist eine Boeing reingekommen, fliegt dauernd um die Lampe und findet nicht wieder raus. Das ist ein Gehör hast.